Gerade noch bei Let's Dance, nun schon wieder am Strand Floridas und das trotz Corona. Laura Müller lässt es sich gut gehen nach all den tänzerischen Strapazen der vergangenen Wochen, um mal wieder so richtig zu entspannen. Im Gepäck hat sie dabei nicht nur ihren Verlobten Michael Wendler, sondern auch dessen Tochter Adeline. Ein richtiger Familienausflug eben. In einem luxuriösen Strandressort mit Pol und direktem Meerblick blümmelt die 19-Jährige in der Hängematte oder auf einer Strandliege. Doch nicht nur das türkisblaue Wasser verschlägt uns den Atem, sexy streckt die Blondine ihren Knackpo in die Kamera. Bei dieser Aussicht weiß man ja gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Lediglich ein kleines Stück Stoff bedeckt ihre Rückseite, auf ein Oberteil verzichtet sie gänzlich. Das wird sicherlich auch ihrem Michael gefallen, wenn sie so aus dem Wasser kommt. Doch auch solche Nachmittage können anstrengend sein und weil auch nichts Tun hungrig macht, gönnen sich die drei eine ordentliche Portion Lasagne, Ofenkartoffeln und Salat. Nach dem ganzen harten Training der letzten Wochen sei dir diese Auszeit gegönnt, liebe Laura.